Welche Art von Telefon haben Sie? Welche Art von Telefon haben Sie? Ich sehe ein schönes Kleid im Laden. Ich sah ein schönes Kleid im Laden. Es war zu teuer. Es war zu teuer. Wir gehen in ein Café. Lassen Sie uns in ein Café gehen. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Ich möchte für diese Shorts zahlen. Ich möchte für diese Shorts zahlen. Mein Computer funktioniert nicht. Mein Computer funktioniert nicht. Du magst meine neue Schuhe? Magst du meine neue Schuhe? Magst du meine neue Schuhe? Können Sie mir für dieses Auto ein gutes Angebot machen? Können Sie mir für dieses Auto ein gutes Angebot machen? Können Sie mir für dieses Auto ein gutes Angebot machen? Welche Art von Telefon haben Sie? Ich sehe ein schönes Kleid im Laden. Ich sehe ein schönes Kleid im Laden. Ich sehe ein schönes Kleid im Laden. Es war zu teuer. Es war zu teuer. Es war zu teuer. Es war zu teuer. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Entschuldigen Sie bitte. Mein Computer funktioniert nicht. Mein Computer funktioniert nicht. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie mir für dieses Auto ein gutes Angebot machen? Hmm. uarg Von